Herzlich Willkommen zurück bei ARK. Wir sind noch dabei, eigentlich einen Hirsch zu finden, allerdings haben wir hier diese Seen gefunden und rauben die Riesenbiberdämmer aus, denn der gibt es ganz hoch. Hallo, warum schließt er das wieder? Was soll das? Das kommt weg. Kommen irgendwelche Biber aus? Oh ja. Ich habe inzwischen den Folgen mal meine Leben wieder ein bisschen hochgepimpt. Das war auch notwendig, offensichtlich. Die Biber, die hauen, wenn es mehrere sind, schon ganz gut rein. Muss man mal sagen. Die sind nicht ohne. So, noch Dolby anmachen. Alles klar. Ich habe noch einen da drüben und dann müssen wir erstmal nach Hause finden. Wird es gerade nebelig? Ich hasse Nebel in diesem Spiel. Es ist so nervig. Es ist so super nervig. Aber gut, was willst du? Achso. Na? Das ist immer alles mit, denn hier haben wir das hier, das hier, das hier, das und das. Also Zement haben wir eigentlich einiges. Das sollte zumindest, was musst du hier, zumindest erstmal reichen. Also, wie kommen wir jetzt nach oben? Mein, mein Verdacht war ja hinter diesem Berg dort. Das heißt, das probiere ich mal als erstes. Sonst würden wir den Weg nach Hause nicht schon mehr finden, sind wir aufgeschmissen. Ich meine, irgendwie würden wir ihn schon finden, aber... Na, man muss ja jetzt nicht unnötigerweise hier rumschlendern. So. Nehmen wir noch so ein Ding. Das nehmen wir mit. Zement ist Zement. Oh, da. Oh, da. Oh je. Oh je. Was haben wir getan? Da kommen aber ein paar. Die wollen es jetzt wissen. Alle, Mann, weg. Gib mal so ein Bild. Ne? Hier unten habe ich noch ein Nest gesehen. Habibetan. Siliz und Perlen werden noch sehr, sehr wichtig später. Wir werden viele, viele davon brauchen. Wahrscheinlich. Oh, da ist ein Otter. Jetzt hätte ich fast den Otterblatt gemacht. Oh, das ist kein Otter. Geh weg. Geh von meinem Arsch weg. Ich kann leider während dem Schwimmen nicht mit der Tatze angreifen. Komm schon. Deswegen während dem Schwimmen immer nur Maulangriff, dann aber auch während dem Schwimmen. Und nicht nur im Wasser. So. Wo sind wir denn hier zu Hause? Das ist die große Frage. Ich laufe einmal mal hier lang. Nein, das ist definitiv... Moment, aber ich kenne die Gegend hier. Das ist aber definitiv nicht das, wo ich hin wollte. Wir müssen so ungefähr in diese Richtung. Also eher so nach dort. Oh Gott. Ja, erledige deine Geschäfte. Meine Güte. Hier vielleicht. Hier so ein bisschen. Achso, was, was, was? Ah, ich dachte gerade... Ich dachte, was macht denn die Schildgröße für ein komisches Geräusch? Meine Güte. Wo sind wir denn jetzt gelandet? Äh? Ich hab... Ich hab... Hä? Wir sind irgendwo mal falsch abgebogen. Ich glaube, ich weiß, wo wir sind. Ja. Ja, ich weiß, wo wir sind. Da drüben ist das Schneegebiet, wo wir damals in den... Also, das ist jetzt damals. Vor, keine Ahnung, 15... 15 Folgen oder so nach unten gesprungen sind und... ...den Weg gesucht haben ins Ziel. Das heißt, wir sind hier ungefähr schon in der richtigen Richtung. Wir müssen jetzt irgendwo links gleich den Berg hochkommen. Ja, das könnte sein. Die machen wir weg. Die kommen ja sowieso. Übrigens, wir machen jetzt mittlerweile schon so viel Schaden. Das ist doch lächerlich. Und wir kriegen immer mehr Level. Und ich bin schon Level fast 70. Wenn ich gerade zwischen den Folgen gelevelt habe. Und ich hatte, glaube ich, 6 Level oder so. Also, ich für mich nicht. Für mein Vieh. Das ist schon... Immens. Hier, ich bin Level 67 einfach. Durch Viecher töten kriegen wir so viel. Und so viel Bonus. Was ist das hier? Winnie? Hä? Achso, habe ich das abgelegt? Ist mir gar nicht aufgefallen. Warte mal, von wann ist... Ne, was bist du? Ich habe dich gesehen. Was war das? Da, was bist du? Ein Ovi. Ovi Raptor. Shane. Müsst jetzt hier... Hier bin ich durch. Genau, ich bin hier durch den Wald. Und dann müsstest du hier hinten irgendwo hochgehen. Echt jetzt? Du opferst dein Leben nur, damit du mir einmal im Weg stehen kannst. War es das wert? Ich hoffe, ich bin hier... Ja, das kommt mir... Oh, hier ist... An das erinnere ich mich. Das ist diese kleine Stelle mit diesen kahlen Bäumen. Das heißt, hier sind wir definitiv richtig. Gucken, ob die Viecher noch alle leben. Ach, nicht die... Mero-Bären. Mero-Bären. Haben sie mir gestohlen. Ich muss jetzt weinen. Sie haben mir meine kostbaren... Bären... Ich wollte schon wieder Bohnen sagen. Meine kostbaren Bären gestohlen. Unfassbar, dieses Volk. Fehlt da... Ah, nee. Nee. Fehlt niemand. Alles gut. Und bevor wir weitergehen... Wir gehen nämlich auf die Suche, denn das ist definitiv das, was ich als nächstes machen will. Hier ist zu farmen. Lege ich hier erstmal alles ab. Das ganze Zement. Weg damit. So, hier kommt auch noch... Das... Nein, das brauchen wir. Das, das, das und das und... Und... Das nehme ich mit. Und weiter geht's. Ich würde sagen, nächste... Nächste Haltestelle ist wieder da unten. Weil vielleicht ist da ein bisschen was nachgespawnt. Man kann ja nie... Wie schnell hell wurde. Man kann ja nie wissen. Slow... Slow... Was heißt nochmal Slow? Schleife, glaube ich. Die Schleife der Götter sind wir. Wir sind die Schleife der Götter. Der Ark-Götter. Also... Frage ist, wer hat die Ark geschaffen? Wanns Menschen? Oder wanns Außerirdische? Vielleicht werden wir es erfahren im nächsten Adon. Vielleicht ist diese Folge sogar schon erst draußen. Ne, die Folge hier müsste noch vor dem Adon erscheinen. Vor dem Extinction Adon. Und... Es wird dann mittendrin einfach... Äh... Pausiert. Und dann Extinction läuft. Aber... Metallachs? Nö, 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 nö. Du hässliches, kleines Vieh. Das... Nö, nö. Metallachs darf ich mir nicht klauen. Weißt du, Bären... Schön und gut, aber... Alter... Was geht denn? Ich hasse diese... Ich hasse sie so sehr. Ja. Ja, was machst du jetzt, mein Freund? Möp, möp, möp. Das gehört mir. Mir ganz alleine. Das würden wir wahrscheinlich auch brauchen. Hier halte ich mal ein bisschen, während er seine super Animationen da macht. Es sind ja nur 400. Es geht ja easy. Vorher hätte ich einfach E gedrückt gehalten oder ein Makro benutzt und dann erst zack. Weißt du, hier auf E oder Makro das, weiß nicht, 50 mal E drücken. In einer Sekunde drücke ich hier 1, 1 Stack weg, 2 Stack weg, 3 Stack weg. Aber jetzt gibt es diesen hässlichen Timer hier. Das ist eine Null, ja. Also restliche Zeit ist quasi kleiner als Null. Das ist nicht viel. Das ist so eine halbe Sekunde. Aber es ist immer noch ein Cooldown zwischen denen. Das bedeutet, man kann nicht mehr in einer Sekunde die 20 Stück da reinzimmern. Boah, der Hirsch liegt hier immer noch. Wie mies. Vielleicht muss ich die Leichen auch aufessen, damit hier neue Viecher spawnen können. Ich weiß nicht, ob es um die Körper geht, die quasi die Spawns besetzen oder ob es aktive Viecher sind. Da bin ich mir nicht ganz sicher. Gehen wir mal runter, komm. Einmal hierher. Gucken wir mal da drüben. Da oben. Oder so. Wir müssen unseren Suchradius... Oh, da unten ist ein Argentavis. Das müsste der Hose sein. Ja. Dinosaurier... Also wenn ich sage Dinosaurier, meine ich nicht alles, was es in Ark gibt. Ja, die Viecher hier. Die dürften normalerweise, soweit ich das in Erinnerung habe, nicht despawnen. Das heißt, solange der nicht getötet wird, müsste der da eigentlich bleiben. Ich bin mir aber nicht sicher, ob es das immer noch so ist. Hier hin, die machen eigentlich nichts. Die können wir in Ruhe lassen. Theoretisch. Aber langweilig. Ich brauche einen Hirsch. Hirsch, wo bist du? Ankylo? Hm. Hm, hm, hm. Summon here. 85er und 100er. Na, die sind es beide nicht wert. Den marsch mal weg. Ja, bitte zu mir, bitte zu mir. Jeder holt sich seine Prügel ab, wie er es verdient. Na, Kühle wäre natürlich auch eine Überlegung erstmal. Also wenn einer von denen ein annehmbares Level hat, dann... 85... 85, die sind halt echt nicht so hoch. Ich brauche, wenn ich gute Ankylos haben will, echt schon einen hohen direkt. Da ich den auch später zur Zucht benutze. Okay, gucken wir mal in der Todeszone. Das fängt hier drüben an. Ey, ey, du hast mich angegriffen. Du musst sterben. Ich habe dir die Wahl gelassen. Und du, du bist ein bisschen, du bist nicht besser. Weg damit. Vielleicht sehen wir auch schon ein paar Drachen. Aber ich glaube, das ist noch ein bisschen zu, zu weit entfernt vom Dragon Canyon. Vom Crevasse. Was haben wir denn hier? Wir haben Kanos. Wir haben Raptoren. Ungefähr 86 Terranodons. Wir haben Insekten. Aber keine Hirsche. Nee, sieht aktuell nicht so aus. Hinten vielleicht? Oh, Agentarwies. Ja, 135. Ach, was wollt ihr denn jetzt? Oh, du Sau. Nein, nein, nein. Rette mich. Töte alle. Oh, Alter. Der hat mich einfach vom Mount geholt, die Sau. Ja, Rollen. Was passiert denn da? Hm. Die kommen jetzt hier angeschissen. Ich weiß nicht, ich weiß nicht. Ist schwierig. Ist echt schwierig. Ich will nur einen ganz normalen Hirsch. Wir hatten die ganze Zeit Hirsche bei uns. Die ganze Zeit. Und jetzt, jetzt, wo ich aktiv nach einem suche. Level 20. Ich hatte einen, der war echt cool. Der war blau. So dunkelblau. Und hatte so einen roten Schimmer auf dem Rücken. Der war Level 15. Super. Was soll ich damit? Na ja, ich guck mal. Ich geh nochmal zurück und guck mal, ob vielleicht jetzt mittlerweile was gespawnt ist. Alles war so teilweise... Oh Gott, was passiert denn hier? Teilweise Redwoods ist echt schon gut, um Hirsche zu fangen. Greif. Oh Gott. Jawohl. Ähm. Bin ich hier... Ich hab das Gefühl... Hä? Warte mal. Da muss ich, glaube ich, hoch, oder? Ich glaube, ich bin hier nicht so ganz richtig Irgendwie Oh, ich hoffe, mir läuft kein Giganoto über den Weg Das wäre nicht so angenehm Und dafür haben wir definitiv Also töten können wir den schon mal gar nicht Ja, nur mit einem anderen Giganoto Und auch nur, wenn wir Glück haben Ne, bin hier komplett falsch Hä? What the hell? Jetzt sind wir schon wieder hier Hier waren wir doch vorhin schon Oh mein Gott Ja, wir laufen im Kreis Tschüpp, tschüpp Auf ein neues Ey, 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 ey Wer im Weg steht, der muss dran glauben Hier gibt es keine Keine Ja, es ist keine Maut Dir wird es direkt hingerichtet, wenn du nicht bezahlst Die ganzen Leichen noch Gott Damit ihre Brüder sich immer daran erinnern, was passiert, wenn man sich uns in den Weg stellt Ja Ein Mahnmal Mahnmal für die Biber Guck mal hier Guck mal hier Alusauriten Ne, Moment Hier sind wir mal mehr falsch Stimmt Wir müssen irgendwo hier rechts hoch Nein, doch Ja Äh, vielleicht Das war, war das auch falsch Oder was Hey, was ist hier los? Ach doch, hier sind wir glaube ich sogar lang gelaufen Tschüss Ich brauche einen Hirsch Was ist denn das? Iguano dann Parasaurus Ne, wer traut sich Ich glaube, der wollte gerade, aber gut Hier liegt noch ein Ei Was ist das wie ein Dilo-Ei? Patchy-Ei Ein Packy-Ei Aber wo ist der Packy? Da kommt er Ich wollte gerade sagen, ich höre doch die Schritte Kommt da angetapselt Tja Wenn wir sagen, ich will dieses Ei Dann nehmen wir uns dieses Ei Wir sind der König des Dschungels Hier gibt es keine Mitleidspunkte oder sowas Nein, das Abgelehnt Du frisst oder du wirst gefressen So einfach ist das Hier bin ich doch richtig Ich glaube Ich hoffe Ich bin mir nicht sicher Oh, hier im Wald wird geschissen Ich sehe nichts Was auch immer da hinten abgeht Vielleicht will ich es gar nicht wissen Ich gucke mal von hier aus Vielleicht sehe ich da ein bisschen mehr Da ist der Canyon Das heißt, wir müssen noch Oh No Der sieht so cool aus Aber er ist so schwach Du bist so nutzlos Darum musste ich jetzt essen Verdammt nochmal Ach Gott, was soll das denn Können die hier nicht mal Irgendwie was Gutes rüberspringen lassen Äh Rüberwachsen lassen Nein Das sind immer Die Die, die wirklich cool aussehen Die sind dann immer so Level 20 Level 15 So richtig Nutzlos So richtige Unterschicht Irgendwas zum Abgeben Mh Mh Guck mal hier Oh Wow Nehme mich gerne Ich heile nochmal ganz kurz Warum nicht? Das kommt alles weg Komm Kleine Hirsch Wo bist du? Ah Die liegen hier alle noch rum Wie barbarisch Oh Guten Tag Aber immer noch keine männlichen Hirsche Ne Ich sehe aktuell keine Ich sehe da hinten einen weiblichen Da ist noch ein weiblicher Ich sehe aber keinen männlichen Vielleicht habe ich da oben im Wald Mehr Glück Wer weiß Mehr als gucken können wir nicht Wenn ich jetzt in der Folge Keinen mehr finde Dann suche ich zwischen den Folgen Einfach mal ganz kurz Gucken ob ich da was finde Ansonsten Müssen wir uns wohl erst mal Ein Ein anderes Vieh zulegen Wahrscheinlich Wird es dann der Agent Havis sein Da würde ich auch eine Falle für bauen Die habe ich schon im Kopf So ein bisschen Also was heißt So ein bisschen Ich weiß dass sie funktioniert 95 Und 140 Alter mein Herz Alter Boah ich glaube ich habe gerade einen Herzinfarkt bekommen Ich habe den ums Verrecken nicht gehört Und auf einmal Scheiß der sich so von der Seite an uns ran Puh Nicht schlecht Wir haben hier einen 140er Bär Den werde ich auch erst mal da Warte mal was ist das Das ist ein männlicher oder Der hat Warte mal wie viel Damage Das kann man Die Werte sind halt Wenig aussagekräftig Für Weil man halt Die werden ja die Level Die sie dazu bekommen Durch Durch den Durch die Taming Effizienz Quasi Random verteilt Das heißt man kann unmöglich sagen Ob jetzt Wenn der jetzt Hohen Melee Damage hat Ob der Also Sagen wir mal Der hat für Level 140 Sehr hohen Melee Schaden Über dem Durchschnitt Das kann man ja Alles ausrechnen Da gibt es ja Apps und Seiten Und alles für Also wenn der jetzt so 140 Durchschnittlich Überdurchschnittlich Hohen Melee Schaden hat Kann es sein Dass er nah am Tame Was 200 ist 210 Dann aber Einen unterdurchschnittlichen Melee Schaden hat Weil er zum Beispiel Nur 10 Punkte dazu bekommt Oder weniger Daher kann man Schlecht eine Aussage treffen Solange er noch nicht Getamed ist Man muss mehr oder weniger Glück haben Beziehungsweise Es ist nicht alles auf Glück Man kann Schon Man kann schon Gewisse Aussagen Treffen Was jetzt Die Werte angehen Ob man die jetzt Zum Zum Züchten benutzen will Weil das ja auch Mit rein spielt Aber Wenn man wirklich Speziell auf einen Wert Abzielt Muss man Ja Versuch und Irrtum Heißt das so schön Das ist Nach dem Ausschuss Gefahren ist Man muss einfach so lang Probieren bis es klappt Und Das werden wir Definitiv auch machen Das Ist Geplant Und Es wird noch einige Zeit Wahrscheinlich dauern Bis ich da hinkomme An dem Punkt Aber Es steht Was so das Wann wir das Steht auf der Liste Also auf meiner Geistigen Liste der Dinge Die ich auf jeden Fall Noch machen will Was ist das Ein Hirsch Aber leider Eine Hirschkuh Geh weg Er hat gar keine Chance Ich hätte gerne Ein Hirsch Bock Doch man sagt Hirschbock Oder ein Terrezino Den wir platt machen können Geht auch Was Wie hat der mich denn getroffen Der trifft uns Boah die Sau Die greift den Das wusste ich nicht Ich wusste nicht Dass die auch den Den Fahrer Also den Reiter Quasi angreift Kleines hässliches Vieh Geh weg Ähm Wie kann ich das denn reparieren Wann nochmal Fasern und Leder Oh Guck mal hier Sehr schick Das nehmen wir mit Das und das Nehmen wir mit Das nehmen wir mit Das und das und das Und das alles Nicht Fasern und Leder Leder sollten wir hier bekommen Eigentlich Fasern auch Hallo Achso Ja Logischerweise Also Leveln wir mal Guck mal Ich hab schon wieder Vier Vier Level Das ist Das ist Viel Das ist richtig viel Vielleicht sollten wir Ein bisschen weniger EP entstellen Ich muss noch mal ein bisschen mehr leben So bis 300 Und dann ist es gut Das ist halt auch nicht Optimal Wenn ich zu wenig Leben hab Das gibt's doch nicht Macht euch Vom Agge Alle miteinander Keiner mag euch Keiner will euch Ihr seid völlig nutzlos Diese Kompis Die sind Weiß ich auch nicht Weiß gar nicht Warum es die gibt Wie die überhaupt existiert haben Es ist mir ein Rätsel Ähm Das ist Biber Oh ne Ende Was ist das Ist das ein Stego Ach Hm Vorne sieht es gar nicht aus Wie ein Diabier Stego Wie komm ich denn da rauf Ach Gott Guten Tag Guten Tag Wo sind die Hirsche Können mir eine kleine Hirsche abgeben Ich möchte auch nur Ein kleines Rentier haben Hm Hm Das ist ja jetzt suboptimal Wie gesagt Also wenn ich jetzt eine Folge nix mehr finde Werde ich Mich entweder Guck mal hier Ist das der Ist der 20er Während der seinen Taunt macht Ist er schon längst tot Der hat überhaupt keine Chance Wir machen so viel Schaden Und das ist nur quasi Der erste Bär Ja Also Es sind definitiv noch Ganz andere Sachen möglich Und wir werden Bären haben Die werden Mächtig sein Das war alles mal Wald Da vorne Also die werden Sehr mächtig werden Warum Hab ich eigentlich So Das Weg damit Oh Noch ein Hirsch Juhu Wir brauchen die Männlichen Männliche Oh der ist schnell Das kann ich ja auch Du musst leider Platz machen Ah 140 Warum finden wir nie Männliche Die so hoch sind Warum Das kann doch nicht so schwer sein Was bist denn du So Warum Ich bin ja fast dafür In den Canyon zu gehen Aber da ist es halt Echt gefährlich Als da von Raubtieren nur so Wimmelt So Das ist brutal Da unten Da können wir Irgendwann gehen wir da mal rein Aber nur wenn wir Ein Flugvieh haben Womit wir auch schnell Wieder rauskommen Ach komm Oh Was hat denn hier Ja Wir probieren So Glück Was hat denn hier Bitte den 100 Was hat bitte Den 135er T-Rex getötet Das würde ich jetzt Zu gerne wissen Tatsächlich Ähm Vielleicht waren es auch Die Damophadons Die quasi Die ganze Zeit Um den T-Rex herum Geflogen sind Und der hat die nicht erwischt Ah Das wäre möglich Möglich Das wäre Definitiv möglich Oh Guck mal da Ein Regenbogen Dinosaurier Das ist wieder ein Hirsch Aber eine Kuh Ach komm Es kann doch Nicht zu schwer Sagen Naja Wir sind jetzt Ich würde sagen Wir sind jetzt Lang genug Herumgeritten Den Rest Tu ich mir Alleine an Ähm Würde ich sagen Hahaha Wir sehen uns In der nächsten Folge von Ark Und dann Hoffentlich Mit einem Betäubten Oder wenigstens Mit einem Hohen Männlichen Hirsch In diesem Sinne Bis dahin Bis dahin Bis dahin Bis dahin Bis dahin Bis dahin Bis dahin